Wartet nicht Ina von den Zwergen gerade? Wartet die Grafik, bin absolut fertig. Wartet die Grafik, bin absolut fertig. Wartet die Grafik, bin absolut fertig. Jetzt hat er eben erstmal den Gaumen zerspürt. Jetzt hat er ja auch schon passiert an dem. Wartet die Grafik. Wartet die Grafik, bin absolut fertig. Wartet die Grafik, bin absolut fertig. Wartet die Grafik. Wartet die Grafik, bin absolut fertig. 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 kriegt, hat er eingekriegt der war jetzt nischt so jetzt wird der angreifig warte, hat er sich jetzt ins nasenloch gekriegt? ne wie gehen die denn jetzt? ne ah etc das war jetzt so ein überleben ding Bewertige Zungen. Ja, scheiß, wo ist denn das Loch? Der war jetzt richtig lustig, der war mal überhaupt nicht. Der war jetzt völlig unnütze. Der war jetzt richtig lustig. Der war jetzt richtig lustig. Der war jetzt richtig lustig. Ist der hier oder was? Der war jetzt nicht lustig. Der war jetzt nicht lustig. Nee, 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 nee. In eine Richtung, haben wir gesagt. In eine Richtung schießen wir, mein Freund. Nischt nirgends so anders hin. Ach, jetzt zieht Bit wieder los. Oh! 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 Hey, krass, ein. Du bist Rinnens Ohr! Wie ey, Alter. Emi kommt wo der Drache gut ist einfach krass absolute gänsehaut wunderschönen abend wünsche ich dir der drache kann die hallöchen mehr nicht alter schwede wäre das hier jetzt nicht wenn er den wunderschönen samstag war nur so und für schnimmig hammermäßig leute hammermäßig krass ich habe keine zeit für sowas ich bin nicht gestorben ja als taschenlampe errungenschaft drachentöter ich bin völlig fertig ich habe meinen zahn hier so schrecklich unrein krieg selbst wenn der da steht ist absolut brachial ist das krass irgendwie wie jetzt die alt schick hammermäßig also ich habe ja die anderen teilen nicht gespielt und daher krass ich bin fertig so äh was los hier den fass ihn nicht an den fass ihn nicht an halt schick schön was macht die mietze das seht ihr besser so jetzt fahr damit die sehne des bogens entlang tu es einfach atreus dein bogen mh lecker blumenkohl auflauf cool schockpfeile erhalten schießen sie damit auf sprengkristalle um in der nähe befeindlicher harz hindernisse des wilden baums zu zerstören ok habe ich jetzt beide arten und feile denn nee wow oh klar jetzt da lieber eindruck ähm wie erkläre ich das ich habe das schwingungsmuster der bogensehne verändern wenn du auf die verstande welchen baumharz zielst führt die schwingung zum bruch des strukturs was heißt das du bist raus zwerg du bist raus kannst du wechseln achso ok oh das war jetzt die schnelle achso ach nach oben drücken gut hab's schon raus ok wo hast du das denn gelernt sind die tja nachdem block und ich getrennte wege gingen unternahm ich studien in vanaheim das hat mein bewusstsein erweitert ab und zu brauche ich neue inspiration für kreative neue wege das war mit ein grund für unsere trennung block ist so festgefahren unsere arbeit hat sich nicht weiterentwickelt wir sind zwar meisterhafte waffenschmiede aber sonst veränderungen sind teil des lebens wer sich nicht anpasst und verbessert bleibt im staub zurück und das ist dreckig alles klar bis nächstes mal halt klar du bist so unwichtig schüssi so was hast du denn noch schön das was können wir noch schön machen alter war der kampf krass ich bin völlig fertig da freu mich heute nacht von ha 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 liviathan verbesserung cloudbogen verbesserungen sehr cool ha 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 Auferstehungsstein. Der macht was? Ach so, überragender Auferstehungsstein. Ein magischer Stein, der Kratos mit einer großen Menge an Gesundheit wiederbelebt. Guck, ist die X, wenn Kratos stirbt. Ach so. Ach, die kann ich immer wieder kaufen. Nicht verfügbar, ist natürlich schlecht. Die Katze geht's gut, wird von Tag zu Tag besser. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Also, sehr nett zu hören, Emi, wirklich. Wer war denn nicht gestern? Irgendjemand hatte auch was mit der Katze, dass sie wenig isst, etc. Da hatte ich nur so an dich gedacht. Erstmal weg damit. Artefakte, das sind die Becher. Guck weg. Alter, Kohle bis zum Abwinken. Zauber behalten wir. Auferstehungsstein. Hä? Ich hab mal... Warum hab ich einen Auferstehungsstein, wenn ich... Das verstehe ich ja jetzt nicht. Ich denke, der hatte keinen mehr. Jetzt bin ich ja wieder fix und fertig. So, Verbesserung. Herstellen, Verbesserung. Hatten wir. Livia-Tan-Axt. Frostflamme. Erforderliche Ressourcen. Eine Frostflamme. 15 Stärke. Da könnte man jetzt drüber nachdenken, ob man doch ein anderes Ding noch ein anderes Unterteil anzieht. Wir schauen mal. Livia-Tan-Axt. Clown-Bugen. Mitmachen mal als Erste. Verbesserung erfolgreich. Verbesserung Clown-Bugen erfolgreich. Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Geil. So, und jetzt hauen wir hier noch innen rin. Alter. Verbesserung, die Neue Fähigkeiten sind jetzt im Fähigkeitenmenü verfügbar. Du hast mir die Taschenlampe ins Disco gepackt. Okay, gucken wir nachher nochmal kurz rin, ja. Die Taschenlampe. Rüstung. Könntest du eventuell versuchen, das sauber zu halten? Nein, nur so eine Frage. Alles gut. Alles gut. Armrüstung. Verdammt nochmal. Da brauchen wir Guld. Ich bin echt am überlegen, ob wir uns jetzt eine andere Hüftrüstung besorgen. Ja. Ja, der Axtknauf, der kann, äh, ja. Ne. Alles Mann. Minus 10, aber Abwehr plus und Vitalität plus. Den nehmen wir. Den nehmen wir. Mit der Abklingzeit kann ich erstmal leben. Globig. Cool. Das haben wir auch. So, jetzt gucken wir gleich nochmal. Bei dem Junge wollen wir da nochmal was gucken. Ne, bringt uns ja nichts. Der behält die Rüstung an. Okay, lassen wir erstmal so. Jetzt gucken wir hier nochmal ganz kurz rein. Fähigkeiten. Schauen wir nochmal rein. Na, wir haben ja nicht viel XP. Da können wir ja nicht viel machen, denke ich mal. Schrankampf lassen wir erstmal stecken. Nahkampf. Was haben wir hier schönet? Äh, oh. Da fehlt, was erfordert? Vitalität 200? Achso, allklar. Ah, verstehe, verstehe. Runkraft fährt uns, Runkraft. Und hier in der Mitte brauchen wir nix. Außer jetzt bräuchten wir die Vitalität. Aha. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was du wahrscheinlich vorhin gesagt hast, namenloser war. Weil du die, weil man die denn nicht mehr hat. Hier ebenfalls. Erfordert Vitalität. Erfordert Vitalität. Aha. Drücken Sie nach einem Gerechtigkeit des Schildstoßes. Drücken Sie nach einem Gerechtigkeit des Wächtersschildstoßes. Gerechtigkeit des Schildstoßes. RT, um den Angriff Schmetterstoß hinzuzufügen. Ach, den habe ich ja jetzt selten. Und das ist das Sprintding. Das lassen wir sowieso. Der war auch überflüssig. Hier haben wir Spartas Rage. Halten Sie RT gedrückt, um einen stärkeren, rasenden Schmetterangriff. Den haben wir doch. Den haben wir doch. Gut, okay. Dann gucken wir nochmal kurz bei den Burschen. Ach, Kaimini. Äh, erhöht Pfeilschaden, Nahkampffschaden deutlich. Erhöht Feuerrate des Klauenbogens deutlich. Das wären insgesamt so viele. So, jetzt hätten wir hier Schockpfeile. Verursachen bei Gegnern sehr Schockschaden. Äh, mehr Schockschaden. Mehr Schockschaden vor allem. Äh, Lichtschaden. Schockpfeile verursachen bei Gegnern deutlich mehr Betäubungsschaden. Ah, okay. Okay, okay, da bräuchten wir das davor. Hier haben wir verlängert die Schockdauer. Ich habe doch ja keinen Schockschaden. Hier haben wir Schockschaden. Wir nehmen den. Lichtpfeile verursachen bei Gegnern deutlich mehr Betäubungsschaden. Und wir nehmen... Wir haben hier 250, da brauchen wir 1000. Dann nehmen wir den noch mit dazu. Und wir nehmen wegen meiner... Verlängert den Schockdauer. So, dann basteln wir den noch dazu und den noch dazu. Und dann haben wir den Jungen auch mal ein bisschen was gegeben. Und ich denke mal, damit können wir leben. Denke ich mal. So. Vitalität. Die Vitalität. Die Vitalität. Die ist bei 15. Und der will 200 haben. Ja, lol. Das würde ja im Endeffekt heißen, ich müsste... meine Rüstung... Okay. Okay. Gut, müssen wir beim nächsten Mal... Ich habe ja jetzt sowieso keine XP mehr. Also können wir damit erstmal leben. Immer noch geil, der Drache. Kommt mir so vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Ogre und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar. Ich weiß. Es ist nur... Stark zu sein fühlt sich gut an. Weißt du? Ja. Ich weiß. Äh. Was soll denn das? Darf ich vielleicht mal meinen Schlag machen? Du blöder Lappel. Oh, die Praxen-Dicky hier. Meine Güte. So, das war, weil der Typ da drin war, oder was? Meine Güte. Jetzt hat der mich erstmal komplett... Das ist doch krass. Was ist denn her? Da zittert was. Na, bitte. Soll ich ihn zerschmettern? Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Ich hab auf den Kristall geschossen. Aber er leuchtet schon wieder. Ja, ja. Weil der dringens herum vom Kristall explodiert, wa? Der hat euch jetzt gestellt. Noch einer? Ne. Was ist denn jetzt? Hat der noch... Ne, hat war nichts mehr, oder? Gut, also müssen wir gucken, dass wir den irgendwie abgelenkt kriegen oder eingefrostet kriegen, weil solange wie so ein Zampano da drin ist, wird der wahrscheinlich... Äh, ju. Ju, 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 ju. Ach, da haben wir ihn. Mann, du Lappen da oben. Da waren wir jetzt wieder ein bisschen unfreundlich. Entschuldigung. Meine Güte, der hat mich nervt da oben. Hm. War er leicht im Stress. Ey, wieso ist er denn jetzt rot? Ne, ich will nicht rot. Ach, der ändert seine Farbe. Hab mich schon mal gewundert, warum die immer mal dunkel wären. Ach, der kannst du nur aussuchen und der droht, was ist denn der droht? Mit dem roten Stein kann ich meine Rage erhöhen, oder was? Es gibt Steine, die weg sind, immer. Tut mir nicht rot. So Vielen Dank.